In Salzburg setzen sich viele tausend Menschen für eine lebenswerte Umwelt und für ein gelingendes Miteinander ein. Es beginnt bei der Feuerwehr bis zur Wasserrettung, beim Roten Kreuz, der Caritas, aber auch im Umweltschutzbereich, die Berg- und Naturwacht und die vielen Biotopschutzgruppen in unseren Gemeinden. Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich für Ihren Einsatz bedanken. Sie tragen damit ganz wesentlich zu einem lebenswerten Salzburg bei.